Stuttgart 21 ist die Einbindung von Baden-Württemberg in ein transeuropäisches Netz. Stuttgart 21 ist das größte ökologische Projekt, das wir je in Baden-Württemberg gemacht haben. Wir können eine Milliarde Pkw-Kilometer von der Straße auf die Schiene bringen. Wir können in Stuttgart 100 Hektar neue Parkfläche schaffen. Wir fällen 282 Bäume und pflanzen dafür 5300 Bäume. Ich kann überhaupt nicht verstehen, ob es überhaupt einen einzigen Grund in der Sache gibt gegen Stuttgart 21. Wir vernetzen die Verkehrsträger, Flughafen, Schnellbahn, Regionalverkehr, Autobahn, Messe Stuttgart. Also es spricht alles dafür, dass dieses Projekt auf Generationen Zukunftschancen schafft.